Hallo meine Lieben, hier sind wir wieder zu einem neuen Podcast. Ja, es ist hier im Moment gerade ja sehr viele Jahreszeiten, die zusammenkommen, also alle außer Frühling, weil der Eiswagen fährt noch durch die Gegend mit seinem schiefen La Cucaracha. Unsere Nachbarin regt sich riesig auf, weil sie ist ein großer Musikfan. Und dieser tonelette oder vorletzte Ton, der ist irgendwie daneben. Genau, und da kriegt sie Stehhare bei und jedes Mal, wenn er hier durch die Siedlung fährt, kriegt sie einen Anfall. Ja, so ist das, wenn man sich erstmal auf was eingeschossen hat. Ja, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Und ja, zum Zweiten ist es hier so, dass bei uns zu Hause die Herbstdeko steht. Ein bisschen, ein bisschen natürlich, auch Halloween, aber nur ein bisschen. Ich mag ja vor allen Dingen das niedliche Halloween, das ist total meins. Ich mag ja nichts Düsteres. Ich darf keine Skelette aufhängen. Nee, das mag ich überhaupt nicht, genauso wie Totenköpfe. Und es gibt so schöne, fluoreszierende sogar. Ja, ich hasse das. Das ist überhaupt nicht meins. Also wenn bin ich dieser niedliche Halloween-Typ, wie Kätzchen mit so einem Zauberhütchen auf oder so. Das finde ich niedlich, das finde ich charming, aber ich bin nicht der böse Halloween-Typ. Ich mag das nicht, diese Fratzen und Zombies hasse ich wie die Pest. Ich finde das auch ganz fürchterlich, wenn sich Leute als Zombies verkleiden. Ja, das mag ich allerdings auch nicht. Das finde ich eklig. Also das ist auch etwas, was ich nicht ansehen könnte. Das ist völlig gegen meinen Ästhetik-Empfinden. Ich weiß, viele von euch lieben Zombies und auch diese Serie Walking Dead, aber ich komme damit überhaupt nicht klar. Also es wäre auch schon wirklich, wenn ihr euch als Zombie verkleiden würdet, würde ich euch, würde ich vielleicht sogar die Party verlassen. Ich kann das nicht ab. Das ist wirklich etwas, was ich nicht abkann. Ich finde das so unästhetisch da. Nein, ich finde das ganz übel, aber ich bin ja eh so eher der, der… Wie heißt denn nochmal der Film, der mit zu der Connetto-Trilogie gehört, mit den Zombies. Ja, Shaun of the Dead, der einzige… Shaun of the Dead, genau. Der einzige Zombie-Film, den ich gesehen habe, den ich aber auch einigermaßen gut fand, muss ich sagen, hat genau meinen Humor getroffen, obwohl ich auch zwischenzeitlich gedacht habe, muss das jetzt sein? Ich weiß, dass wir Edo wie machen. Nein, das machen wir nicht. Wenn ich von der Connetto-Trilogie noch was gucke, dann sind es meine beiden anderen liebsten Filme, The World's End und Hot Fuss, aber nicht Shaun of the Dead. Und ja, und in dem… Genau, kommen wir wieder zu den Jahreszeiten. Und es ist halt schon alles auch irgendwie voll mit Weihnachten in den Geschäften. Und wir haben gesündigt, wir geben es zu, wir haben die ersten Spekulatius vertilgt. Was wir ja schon letztes Mal gesagt haben. Genau. Aber jetzt ist es, glaube ich, auch erst mal wieder gut bei uns, ne? Und Rumkugeln, ich gestehe noch, wir haben uns die… Du hast nicht Rumkugeln. Nicht Rumkugeln, diese Marzipankugeln. Wir haben uns die Kugel gegeben, die Marzipanige. Ja, die ich nicht mehr mag. Ja, irgendwie… Die sind mir zu süß geworden. Emi? Kugel? Naja. Und sieht bald auch aus wie Kugel, wenn das ganze Jahr Weihnachten wäre. Ja, wir haben unsere Goodreads-Challenge beendet. Also wer Goodreads von euch noch nicht kennt, das ist so eine Seite wie Lovely Books. Wir sind ja, ich möchte nicht sagen Feinde von Lovely Books, doch, trifft schon ganz genau. Ich kann Lovely Books nicht leiden, weil, ja, aus mehreren verschiedenen Gründen, warum ich das nicht nochmal wieder aufrollen werde, meine Diskrepanzen mit Lovely Books. Aber Goodreads ist genau meins. Das ist ein Amazon, also Amazon hat es irgendwann aufgekauft, was aber nichts bedeutet. Also ich habe da jetzt noch nicht viel Amazon drauf gesehen. Gar nicht. Ich habe echt gedacht, die machen da mehr mit. Naja, vielleicht kommt das ja noch. Aber das Schöne ist, ihr könnt unten immer gucken, wenn ihr jetzt ein Buch habt und ihr gebt dann ein, dann, was weiß ich, ich habe 20 Seiten gelesen, dann kommt unten so eine kleine Schiene und es heißt dann, ja, schon 11 Prozent eben gelesen. Und so kann man sich eben auch ein bisschen selber motivieren. Mich motiviert das jedenfalls, wenn ich dann jeden Tag sehe, und es macht wieder einen kleinen Schubs in Richtung 100 Prozent. Ja, und ich fand es jetzt sehr spannend im Zuge, dass wir unsere Challenge beendet haben. Wir hatten 75 Bücher eingegeben, weil ich gesagt habe, ich mache das wahrscheinlich eh nicht. Also ich hatte dieses Jahr keine Hoffnung, dass ich überhaupt lese, überhaupt auf ein oder zwei Bücher komme. Und ich habe gesagt, für mich lohnt das nicht, also rechne mal für mich vielleicht zehn Bücher ein, wenn überhaupt. Dann hatten wir halt auf 75 es gepackt und jetzt lese ich sehr viel und ja, wir haben die Challenge natürlich dann jetzt im Flug geknackt. Und in dem Zuge habe ich mir das jetzt mal angesehen, was wir so in diesem Jahr erst mal gelesen haben. Und ich finde es schon gut und ich bereue es, dass ich es jetzt nicht wirklich richtig durchgezogen habe. Dieses Jahr, das mache ich ja meistens immer mal in meinen Statistiken, dass ich mich dann bereue, wenn ich mal irgendwo geschlurrt habe. Ja, weil uns fehlen halt ein paar Wochen. Das kam jetzt aber auch, weil es wirklich ein immens unruhiges Jahr war. Und dann hat man nicht immer Zeit, da reinzugehen. Dann ist man froh, wenn man sich das Buch schnappt, ein paar Seiten liest. Und ja, dann geht es halt weiter mit dem Alltag. Ja, und ich habe mir das halt angeguckt, was man so gelesen hat. Ich finde das irre praktisch, vor allen Dingen jetzt, wo ich auch E-Books viel lese, dass ich dann wie so ein Bücherregal habe. Ich sehe es einfach mal als Bücherregal. Ich hätte hier auch gerne ein Bücherregal, wenn es nur nicht so viel Platz wegnehmen würde, wo man jedes Buch so sehen kann. Am besten gar keine richtigen Wände, sondern alles doch Wände schon. Aber daran nur Bücherregale und dann nicht so normal stellen, sondern immer mit dem Cover nach vorne. Ich liebe Cover. Und naja, ich habe mir das jedenfalls angesehen. Ich finde, also auch vom Vorjahr, ich wünschte, ich hätte noch mehrere Jahre gehabt, um mich zu verfolgen und meine Entwicklung auch zu verfolgen. Und man sieht ganz genau, erstens, welche Trends man gerade hatte. Und das Zweite ist, dass man auch immer mal erkennt, wenn man was ausprobiert hat und wenn man dann merkt, okay, und da hast du wieder die Kurve zu dir gefunden. Das habe ich dieses Jahr ganz deutlich gemerkt. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich mich mit Liebesromanen bis Unterlippe Oberkante eingedeckt habe. Da war ich mal wieder so ein bisschen zu enthusiastisch. Das bin ich ja eigentlich immer, wenn ich auf einen neuen Trip komme. Da muss nicht ein Puzzle her, dann sind ganz viele Puzzle da. Und momentan puzzeln wir gar nicht. Genau. Und dabei haben wir noch so schöne, wir hatten auch so ein schönes von Eva zu Weihnachten geschenkt bekommen. Aber wir sind einfach noch nicht dazu gekommen. Irgendwie fehlt da momentan die Ruhe zu. Ja, irgendwie, es ist halt einfach nicht die Zeit dafür. Nicht der Platz, nicht die Zeit irgendwie. Aber wir haben auch noch ein richtig tolles Vampir-Teil. Nein, es ist gerade, aber man hat sie. Das ist schon mal ein beruhigendes Gefühl. So, und, aber ich bin ja von meinem Liebesromanen-Dingen wieder abgekommen, weil ich gemerkt habe, okay, ich quäle mich da eher ran. Und diese Hürde, überhaupt so ein Buch aufzuschlagen, ist bei mir enorm hoch. Und das hat nichts mit den Büchern an sich zu tun. Und es hat einfach mit dem Anspruch, den ich persönlich ans Lesen stelle, zu tun. Und ich erinnere mich noch da dran, oder J.K. Rowling hat es gesagt, dass es eigentlich für sie keine Nicht-Leser gibt, also frei nach J.K. Rowling, sondern nur Leute, die noch nicht das richtige Buch für sich entdeckt haben oder das richtige Buchgenre. Und bei mir war das als Kind garantiert so, dass ich immer das falsche Buchgenre entdeckt habe. Ja, deine böse Mutter hat dir ja diese ganzen Bücher geschenkt, wie die kleine Hexe und der kleine Vampir und die Olchis. Und ja, die Michael-Ende-Bücher, die habe ich dir ja noch vorgelesen. Da kam es ja nicht drum rum. Aber ich glaube, hätte ich Sina Was ist was geschenkt oder ein Kinderlexikon und solche Sachen wäre sie vielleicht eher dabei gegangen. Genau, und das ist so eine Sache, bei der ich jetzt auch wirklich merke, okay, ich habe als Kind nur ein Buch wirklich geliebt. Das war so ein Buch über Naturphänomene und ... Ich dachte, du sagst wieder dieses fürchterliche Pixiebuch. Nee, das hast du von Shibo damals gehabt. Da konnte man sehen, wie der Mond steht und wie der Regen funktioniert und so. Das war so ein bisschen pink, ein bisschen gelb. Zwei Kinder waren vorne irgendwie drauf. Ich erinnere mich genau an das Teil. Naja, so genau jetzt auch wieder nicht. Aber ich habe es wirklich geliebt. Wir hatten dann doch auch noch so ein Buch über Phänomene irgendwie, dass die größten Bauwerke ... Ja, du hattest mir dieses, das habe ich immer noch, dieses über die Weltwunder, also nicht nur über die sieben Weltwunder, sondern überhaupt, da war auch dieser Pool von Render First drin und so. Und das habe ich mal zum Geburtstag gekriegt morgens und ich kam nicht von diesem Buch weg. Das waren so Eindrücke über die ganze Welt. Ich habe das noch. Von der Reihe habe ich auch noch dieses Buch über Schlösser und Burgen. Mir damals von Weltbild geholt. Also ich habe jedenfalls nichts unversucht gelassen, um das Kind ans Lesen zu kriegen, was nicht einfach war. Genau, aber Ma hat halt von ihrem Standpunkt ausgeguckt, was ja nicht verkehrt ist, aber heutzutage weiß man es halt besser, man weiß es ja später immer besser, dass ich zum Beispiel keine Fantasybücher mag. Ich schreibe sie zwar gerne, das ist meine Art, mich auszudrücken und es waren auch immer die Geschichten, die ich gerne gespielt habe und so weiter und auch gerne die Filme gesehen habe, obwohl Fantasy war da ja auch nicht mein Bereich. Ich war viel zu sehr schiss, als dass ich das gut gefunden hätte. Und ich habe ja wirklich so einen kleinen Spleen mit Magie. Ich schreibe wirklich gerne drüber, aber wenn irgendwo Magie auftaucht, bin ich ja eigentlich eher ... Naja, du hast aber schon gerne Charmed geguckt und Buffy. Ja, zwei, drei Folgen. Viel, viel verliebter war ich in sowas wie Rock'n'Roll Kids. Und Lady Oscar. Oh, Lady Oscar. Und Dr. Nian. Ja, das war so völlig meins. Nein, aber ... Und hier diese Katastrophenfilme, die es eine Zeit lang gab. Volcano, Dante's Peak. Twister. Oh, und du hattest dieses richtig tolle Pompeji-Buch. Ja, da seht ihr mal, man muss Kindern wirklich zuhören, dann kommen sie auch ans Lesen. Aber ich habe halt dann immer solche Hexenbücher gekriegt, weil Magie total gut fand und ich musste mir, oder durfte mir, ich musste mir immer mal ein Buch aussuchen. Das heißt, ich wurde in eine Buchhandlung geschleppt, aber dass es Sachbücher wirklich gibt und dass man die auch genießen kann zu lesen, das habe ich dann irgendwann erst selber kapiert. Aber da war es schon sehr spät, da war ich schon bis 17, 18, glaube ich, dass ich es wirklich für mich entdeckt habe. Und da habe ich ja mit Physikbüchern, glaube ich, angefangen, die ich mir eins nach dem anderen weggezogen habe. Also ich glaube, man musste auch wirklich mal gucken. Ich weiß, dass, wo ich, also da war ich dann noch sehr klein, dass, ich habe immer Tante und Onkel zu denen gesagt, das waren aber nur die Freunde meiner Eltern, die hatten auch eine Tochter, die war genauso altfähig oder ein Jahr jünger und die hatten jedenfalls ein Buch, da standen auch so die sieben Weltwunder drin, welches Tier ist das Schlauste und solche Sachen. Ich weiß noch genau, dass es blau war und dieses Buch hat er es mir so angetan. Also das war immer, wenn ich da war, musste ich da immer reingucken. Ja, vielleicht muss man da einfach auch mal ein bisschen mehr gucken, wofür interessieren sich Kinder wirklich. Meine Tante Inge würde jetzt sagen, Ilona war der Willem-Busch-Fan. Ich habe immer das Willem-Busch-Buch in die Hand gekriegt. Aber diese ganzen Sach-, ja, so Kinderlexikon und solche Sachen, das hat mich schon angemacht. Ja, und ich wollte natürlich auch meiner Mutter nacheifern, deswegen habe ich mir auch immer gerne hysterische Bücher. Das ist, wenn man zu viel Freude liest. Das ist ein freundschöpfernd Sprecher gewesen, was das jetzt über mich zu sagen hat. Also nicht hysterische Bücher, sondern historische Bücher. Deswegen habe ich mich sehr an historischen Büchern halt orientiert oder auch Bücher mit Magie. Zwei Dinge, wo ich echt Albträume, Herzrasen, Beklemmung kriege. Das ist wirklich so zwei Punkte, die man mal mir drücken kann. Ich weiß noch, die Nebel von Avalon hat mir erst mal eine ganze Woche mit Panikattacken zugepflastert. Keine Ahnung, warum. Ich hatte da nämlich, ja, es gehört ja mit zu meinen Lieblingsbüchern. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen dicken Wälzer gelesen habe. Und so alle paar Jahre muss es halt sein. Und dann hatte ich Sina halt überredet, habe mir das Hörbuch auch gekauft. Und dann haben wir nebenbei Skippo gespielt. Aber Sina war ein sehr undankbarer Zuhörer, muss ich sagen. Meine Mine wurde immer länger und länger. Und dann habe ich irgendwann ja wirklich Panikattacken dabei gekriegt. Ich weiß nicht, was das bei mir ist. Vielleicht war ich mal im früheren Leben im Mittelalter. Irgendwie Mittelalter geht bei mir ja gar nicht. Und habe da Böses erlebt. Keine Ahnung. Aber wenn diese zwei Faktoren dann auch noch aufeinander prallen, historisch und Magie, kann man eigentlich mich schon rennen und laufen sehen. Ja, mich zieht das ja an wie die Motte, dass ich... Ja, gestern haben wir mal wieder in Sherlock reingeguckt. Und ich habe jetzt auch wirklich zu mir, also zu Ma danach gesagt, das kannst du bei mir vergessen. Also ich gucke keinen Krimi mehr. Und auch alles, was mit Thriller-Krimi oder so zu tun hat, das ist einfach nicht meins. Ich werde dabei aggressiv, wenn ich das sehe. Das ist so schade. Es gibt so schöne Sachen wie Inspektor Barneby oder so. Aber nein, nein, nein. Es hat keinen Sinn mit meinem Kind. Und alleine vorm Fernseher sitze ich auch äußerst ungern. Wir können aber auch nicht... Und vor allen Dingen habe ich dann auch selber Schiss. Also da brauche ich schon Verstärkung. Wir können aber auch nicht mit jedem Fernsehen gucken. Das ist ganz entsetzlich. Also wie viele meiner Freunde ich wirklich nicht mit Fernsehen gucken kann, ist enorm. Ich weiß nicht warum, aber mit jemand anderem Filme zu gucken, ist wirklich schwierig bei mir. Ja, wir sind ein eingespieltes Team. Ja, die einen reden zu viel. Und die anderen zu wenig. Ich hatte eine Freundin, die hat so Filme, die sie schon kannte. Da hat sie die einzelnen... Okay, sie war auch sehr hochbegabt, aber sie hat dann wirklich jede Szene mitgesprochen, was einen wahnsinnig machen kann. Dann hatte ich eine, die immer alles kommentiert hat. Und es ist echt schwer, Leute zu finden, mit denen man wirklich gut Filme gucken kann. So geht es mir zumindest. Weil dann lacht man nicht über die gleichen Dinge. Man hat nicht den gleichen Geschmack. Man hat nicht die gleiche Meinung. Und schon endet der ganze Filmabend in einem Desaster. Man bewirft sich mit Popcorn oder so. Ja, das wäre ja wenigstens noch Spaß. Ja, ach. Ja, es ist jetzt... So funktioniert halt das Gehirn. Aber Popcorn werfen... Ich war damals in einer Rocky Horror Picture Show im Kino. Und das war in Löhne, in so einem ganz kleinen Kino. Das gibt es heute auch gar nicht mehr. Und da wollte ich unbedingt rein, weil ich gehört habe, oh, da wird mit Popcorn geworfen. Und da kommen die Leute verkleidet hin. Mit verkleideten Leuten, so habe ich dich auch in Fluch der Karibik reingebracht. Ja, aber... Ja, dann bin ich da hingekommen mit einer Freundin und wir waren die Einzigen, die im Kino gesessen haben. Wir haben nicht mit Popcorn geworfen. Wir hatten uns nicht verkleidet und es war wirklich... Ja, von daher eine große Enttäuschung, aber dafür war der Film gut. Blödsinn. Es ist wirklich manchmal komisch, wie das Gehirn schaltet. Popcorn, Film gucken, ja. Rocky Horror Picture Show. Ja, kommen wir wieder zum Ursprungsthema zurück. Einmal quer rund um die Welt, bis wir wieder da sind, wo wir sein wollten. Also ich finde es halt interessant, wirklich über einen langfristigen Zeitraum die Entwicklung halt zu verfolgen und zu sehen, wie sehr sich... An Büchern kann man sehr viel ausmachen. Und gerade wofür man sich in Phasen interessiert, wo man sich auch vielleicht ein bisschen verbiegt, weil man jemanden kennengelernt hat, dem gefallen wird, weil man bestimmte Einflüsse hat. So habe ich immer mal Freundinnen, die... Ja, ich hatte zum Beispiel eine historische Freundin. Eine historische? Ja. Eleonore von Aquitanien vielleicht. Das... Eleonore habe ich zu der Zeit entdeckt. Jetzt wirklich. Das ist halt eine gewesen, die... Ich habe sie halt kennengelernt, weil sie so unheimlich gut in Geschichte war und sie hat mich beeindruckt. Und dann habe ich sie danach halt nach der ersten Geschichtsstunde angesprochen und habe gesagt, mein Gott, was bist du gut in Geschichte? Und so entwickelte sich dann die Freundschaft. Aber sie hat wirklich einen historischen Roman nach dem nächsten weggeblättert. Und das hat schon damals geprägt. Sie war auch diejenige, die mich auf Pratchett angesetzt hat, wofür ich ihr wahrscheinlich mein Leben lang dankbar sein werde. Aber es hat schon geprägt, mit ihr so eng befreundet zu sein. Und so hat eigentlich jeder, der in einem Leben ist, halt einen großen Einfluss auf einen. Oder man interessiert sich für bestimmte Dinge. Man sieht seine Entwicklung. Und das Schöne ist, wenn ich ein Buch teilweise in der Hand habe, weiß ich noch ganz genau, wo habe ich es gelesen, wann habe ich es gelesen, wie habe ich mich gefühlt, was ging gerade in der Zeit ab. Der Pferdeflüsterer zum Beispiel, weiß ich, dass es mir nicht so toll ging. Schön, das war wahrscheinlich das Buch, bei dem ich am meisten auch Tränen vergossen habe am Schluss. Einfach, weil ich meinen gesamten eigenen Schmerz darauf entladen habe. Ich weiß, dass ich diese Physikbücher gelesen habe, immer ganz fein eingemummelt ins Bett. Das war irre gemütlich. Es ist, es sind einfach, ja, es führt einen zurück in bestimmte Zeiten. Was ich auch immer spannend finde, man liest eine Bio und da tauchen irgendwelche Personen auf und die findet man auf einmal hyper interessant. Ich weiß nicht, ob euch das so auch geht. Dann will man unbedingt über die jetzt lesen. Darum habe ich auch eine Bio über Lise Lotte von der Pfalz da stehen und über Dorothea von Zelle, glaube ich. Ja. Die habe ich da auch jetzt schon stehen. Über Casanova, über den alten Fritz und ja, und leider ist es bei mir, dass dann das Interesse irgendwann auch vielleicht mal wieder abflaut, weil ich nicht so schnell da hinkomme und dann stehen die da halt. Aber gemach, gemach. Irgendwann werden sie mir wieder über den Weg laufen und dann sage ich so, jetzt, jetzt seid ihr super interessant. Ja, aber genau. Ich wollte jetzt nicht ablenken. Ich versuche wieder auf das Ursprungsthema ja auch wieder zu. Ja, aber das sieht man ja auch, wenn man, ne? Aber es ist halt auch, ihr seht dann auch wieder, wann ihr oder was ihr wirklich seid. Also das, um jetzt wieder zu den Sachbüchern auch zurückzukommen, und das ich ja jahrelang versucht habe, ans Lesen zu kommen, äh, mit den falschen Büchern, man merkt irgendwann, die Zeit, in der man am flüssigsten gelesen hat, die Zeit, äh, oder die Bücher, die sich ständig wiederholen, welche Bücher einem noch nach fünf, sechs Jahren etwas bedeuten, daran kann man dann eigentlich auch sehr gut ablesen, wer man eigentlich wirklich ist, zumindest vom Lesegeschmack her, weil, ähm, nach fünf, sechs Jahren ist eigentlich weg dieses, ich will irgendwo dazugehören, ich habe es gelesen, weil gerade der Hype da war, weil es alle gelesen haben, weil, äh, irgendwas anderes war, und in der Retro-Retro-Perspektive sehen Bücher auch in der Regel immer nochmal anders aus. Ja, aber, ihr kennt das ja wahrscheinlich auch, welches Buch habe ich wann gelesen, zu welchen Ereignissen, oder wann habe ich so ein Buch geschenkt bekommen, ich kann mich zum Beispiel erinnern, wie wir nach Kanada geflogen sind, da hatte mir eine Freundin die Prophezeiung von Celestine geschenkt, und Der Mann, der es wert ist, die beiden Bücher. Ja, das eine habe ich auf dem Hinflug gelesen, und das andere auf dem Rückflug. Und, äh, ja, das sind auch so Bücher, die gibt man dann auch nicht weg, weil man da wirklich auch Erinnerungen dran hat. Aber ich finde es wirklich schön, dass man bei Goodreads halt diesen Überblick behält, was hat man wirklich das ganze Jahr gelesen. Ob du es glaubst oder nicht, jetzt, wo wir darüber reden, fällt mir richtig plastisch wieder, ein, wie ich die Asche meiner Mutter gelesen habe. Ja, mir auch. Aber nein, den Anfang vor allen Dingen, die ersten, die ersten Seiten. Ich war ja damals nicht unbedingt die Leserin. Wir haben hier in Porta gewohnt. Genau, und wir waren in der Bücherei, und ich hatte mir das mitgenommen, weil ich Boyzone-Fan war, und da Irland hinten bei der Asche meiner Mutter drauf stand. Da siehst du mal, wie man böse reinfallen kann. Ja, aber wirklich böse. Und, ähm, dann habe ich, bin ich nach Hause, habe mich da mit in mein Zimmer verkrochen. Ihr hattet Besuch. Und, ähm, dann habe ich in meinem Zimmer gesessen. Es war gleißend heller Sonnenschein. Ich musste sogar die Jalousie auf halb runter machen. Siehst du, solche kleinen Details fallen einem noch ein. Dann habe ich da gesessen, dann habe ich das gelesen, und ich habe noch nie vorher so etwas gelesen. Und es hat sich auf einmal eine ganze Welt für mich eröffnet. Das war ja das erste Mal, dass ich mit den Büchern, die ich liebe, in Kontakt gekommen bin. Wahrscheinlich ist es deswegen so intensiv bei mir auch drin hängen geblieben. Dieses Lebererlebnis von die Asche meiner Mutter, weil ich da wirklich gesessen habe, den Mund offen, und habe gestaunt, dass es solche eine Art von Literatur gibt. Da hat sich eine ganze Welt für mich eröffnet, fällt mir jetzt erst auf. War ich ganz, ganz toll. Ja, ich bin gerade am überlegen, wo bei mir so Schlüsselmomente waren. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Fällt mir jetzt ad hoc auch nichts ein. Ich hätte das bis eben gerade auch nicht sagen können. Ja, siehst du wohl? Ja, kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema. Ich habe jetzt beschlossen, dass ich alle angefangenen Bücher weglese. Das bedeutet, ich bin vor mein Buchregal getreten, habe einmal salutiert, und habe gesagt, so Leute, jetzt geht's ab. Und habe alles herausgenommen, was ich über 30 Seiten schon gelesen habe. Und habe gesagt, so, jetzt Challenge, bis ich 30 bin. Ja, erst war es bis Weihnachten, aber da da doch ordentlich Bücher zusammenkamen, wurde das nochmal kurz aufgestockt. Genau, und ich habe gesagt, so, okay, Ende Januar werde ich 30, also bis ich 30 bin, werde ich jetzt die ganzen Bücher weglesen, die ich angefangen habe. Und da kam immens viel zusammen. Ich weiß nicht, 31 oder 32 Bücher? 32. Dazu, dazwischen, richtige Brecher. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Aber es ist doch schön, versucht das Unmögliche. Es ist jedenfalls schwer beeindruckend, um was ich alles angefangen habe zu lesen. Aber ich habe meine eigene Challenge dann mal angenommen. Genau, und weil ich ja ein kleiner Affe bin und immer alles gerne nachmache und vor allen Dingen ja auch gerne mit Sina nicht in Konkurrenz stehe, das ist Blödsinn, aber auch manchmal einen kleinen Anreiz brauche. Ja, habe ich dann gesagt, okay, wie viele Bücher hast du da? Sie, ja, 32. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gucken wir doch mal, weil ich habe ja auch mein eigenes Sachbuchregal. Und dann habe ich auch da alles rausgeholt, was ich schon angefangen habe oder wo ich sage, das ist gerade so mit auch im Brennpunkt meines Interesses, das hole ich da mal raus. Und das wird jetzt gelesen. Zack, zack, hintereinander. Ja, und deswegen, weil ich jetzt jetzt Challenge laufen habe, habe ich gesagt, besser lesen als rumhängen. Weil ich oft jetzt gemerkt habe, oder das ist ja eh schon sehr lange so, dass ich gemerkt habe, wie viel Zeit ich eigentlich verbrate mit Rumhängen dazwischen, weil man gerade noch wartet, weil man irgendwie im Internet von einer Seite zur anderen springt. Bei Facebook bin ich ja echt schon irre lange nicht mehr, weil man auf eine Antwort wartet bei WhatsApp. Wie gesagt, leidiges Thema hatten wir ja schon. Und weil überall ist Zeit, die einfach so sinnlos verfliegt. Und ich habe gemerkt, wenn ich lese, also ich tauche jetzt immer tiefer auch im Lesen ab und ich habe immer mehr Freude daran. Und ich merke halt auch, egal was passiert, es macht Spaß. Und so, und es holt mich auch wieder, wenn ich zum Beispiel richtig Wut habe. Das habe ich erst heute Morgen. Ich hatte einen kleinen Wutkoller und ich habe mich hingesetzt und habe dann vier Minuten, glaube ich, gelesen. Und nach vier Minuten ist mir aufgefallen, die ganze Wut ist weg. Wo ist die geblieben? Hallo? Wut? Bist du noch da? Ich habe gemerkt, okay, mir geht es auf einmal richtig gut. Was ist passiert? Das war einfach, ich habe mich vier Minuten nicht mit meiner Wut beschäftigt, nicht mit dem, was ich sonst so denke, fühle, mit meinem ganzen Leben oder dem Leben meines Umfelds. Und ich war einmal völlig raus und als ich wieder in mein Leben reingekommen bin, weil ich aufgeguckt habe, habe ich gedacht, okay, das machst du jetzt öfter. Also es ist jetzt ja schon eine ganze Zeit, in der ich jetzt denke, okay, bevor du an die Wand starrst nachts und versuchst einzuschlafen, lese eine Stunde und dann geht es wieder. Heute Nacht zum Beispiel auch. Da waren wir zeitgleich wach. Ja, wir haben uns dann irgendwo in der Küche getroffen. Ich sage, was machst du denn hier? Kann ich schlafen? Ich sage, ja, ich auch nicht. Mach mir einen Tee. Oh, gute Idee, mache ich mir auch. Dann haben wir uns hier hingesetzt und haben dann halt unsere, wir machen es ja immer ganz gerne so, dass wir einen Abgleich machen. Nach ein paar Minuten einen Abgleich. Was hast du gelesen? Was habe ich gelesen? Kann dann auch richtig in Diskussionen ausarten zu einem Thema. Aber ja, das haben wir dann heute Nacht gemacht und nach einer Stunde konnte ich dann auch wunderbar wieder schlafen. Ja, gut, bei den Romanen ist es ja oftmals so, dass da jetzt nicht so super viele Gedankenanstöße sind. Aber wenn wir jetzt Sachbücher lesen, ist es ja auch immer ganz schön, wenn der andere mitinformiert wird. Sina ist ja so mein ausgelagertes Gehirn, auch falls ich mal was vergesse. Ja, und man hat ja auch Gesprächsstoffe. Und das nutzen wir leidlich, indem wir uns dann immer auf den neuesten Stand bringen. Ja, dann kommen wir zu den Monatsübersichten. Ich weiß, viele von euch lieben es, aber wir haben uns jetzt gesagt, wir machen es nicht. Wir hatten die vom letzten Monat aufgenommen und danach waren wir durch. Ja. Schlecht gelaunt, kaputt. Ja, wir erschossen. Und irgendwo haben wir gesagt, nein, es macht uns eigentlich auch keinen Spaß. Ja, ich mag ja auch kein Kufac nicht unbedingt. Also diese, und irgendwie habe ich dann auch so Gefühl, dieses Gefühl, und ich habe hier dies noch und ich habe noch das hier und das hier noch und das hier noch. Und ja, das macht uns dann eigentlich auch keinen Spaß, weil letztendlich ist dazu ja mehr oder weniger auch schon alles gesagt, weil wir ja auch die Podcasts zu den einzelnen Büchern machen, wenn sie uns wirklich super top gefallen haben. Und wir darüber reden wollen, weil manche Sachen sind halt schwierig, auch für mich, bei den Sachbüchern oder so, das wirklich, was ich denke, in Worte zu fassen. oder zum Beispiel lese ich gerade eine Bio über Karl Lagerfeld und ich merke einfach, okay, habe ich nicht unbedingt das Bedürfnis drüber. Ich werde drüber reden, wir kommen auch gleich noch zu zwei Punkten. Aber ich habe jetzt keinen Bock dazu, ein Video zu drehen, beziehungsweise, man sagt immer noch Video drehen, sorry, ich meine Podcast aufnehmen. Aber, oder auch eine Rezension zu schreiben, das ist halt, Rezension schreibe ich eh nur noch, das hatte ich heute schon zum Mal gesagt, wenn ich entweder denke, mein Gott, der Autor kann jetzt wirklich noch eine Rezension gebrauchen, da sind erst 10, 12, 13 zusammengekommen oder noch weniger und dann schreibe ich eine Rezension, um halt auch damit zu helfen, aber, wie gesagt, ich schreibe ja auch nur für vier oder fünf Sternebücher. Aber jetzt ganz ehrlich, wer braucht jetzt noch die 1150. Harry Potter Rezension? Ich meine, der Trend ist klar, man hat jetzt genügend Stimmen da auch gesammelt, aber muss man sich diese Arbeit dann eigentlich noch machen? Dann lese ich lieber. Ja, so und das ist halt die Frage. Ich meine, ich finde es toll, es ist ja auch so, oder ich freue mich eben mit, wenn wir mal eine gute Rezension bei Amazon haben, das ist ja auch eine Riesenhilfe für den Autor, weil es geht da ja letztlich nur um die Sternchen, aber ich denke, ab einer Dimension von 30 oder 50 Sternchen, die vergeben wurden, ist der Trend klar. Ist der Trend einfach klar und ob dann da noch 100 dazukommen, sieht natürlich prächtig aus, keine Frage, aber manchmal reicht es ja auch, und wenn man einfach nur drei Sätze dazu schreibt. Wir sind ja eh nicht der Rezension-Schreibe-Typ. Das ist ja bei uns... Wir quaken ja lieber. Genau, wir quasseln lieber so, und da quasseln wir ja auch weniger über das Buch, als über die Gedanken, die nebenbei rumgeflogen sind. Es ist halt auch einfach immer wie, wie alles im Leben halt eine Typfrage. So kommen wir zu den Fragen an uns. Ich weiß nicht, ob ich welche... Mar hat mir eigentlich nur eine Sache übermittelt. Kann sein, Mar hatte den Blick drauf, aber sie guckt mich gerade ganz schockiert an. Ja, man hat gesagt, dass man unsere schönen Bücher vermisst, also die Videos, in denen wir unsere schönen Bücher zeigen. Und da haben wir ja auch wieder den QVC-Faktor. Und das völlig Deprimierende dabei ist, dass man ja nicht viel zeigen darf. Also letztlich... Ich glaube, sind es drei Seiten oder so. Aber das war auch nur der Kniesebeck-Verlag, der das geschrieben hatte. Aber man darf halt nicht viel davon zeigen, was das Ganze so ein bisschen schwierig macht, die richtigen Seiten auszuwählen. Und das... Aber es ist jetzt auch, und da seid beruhigt, nicht viel dazugekommen. Weil wenn, dann nehmen wir die... Haben wir uns die Bücher aus dem Elisabeth Sandmann-Verlag geholt, die hier vor allen Dingen... schön... Sehr schön. Sehr schön, aber halt Sachbücher und Biografien, so mit Kurzbiografien, wie kluge Geschäftsfrauen und so weiter. Ansonsten habe ich mich jetzt noch eingedeckt mit... Ma, gießt gerade Tee ein, also im Hintergrund, wenn ihr es jetzt genug an... Und das dauert wieder ein bisschen länger. Weil es ja wieder ein halber Liter ist. Ja. Ja, ich habe mich jetzt auch mit schönen Piratenbüchern halt eingedeckt, weil ich noch drei Geschichten im Ausguck habe, die ich schreiben will, irgendwann über Piraten. und da fängt man ja besser vorzeitig mit dem Recherchieren an. Genau, damit man das Enter-Messer nicht mit dem Buttermesser verwechselt oder so. Genau, aber halt, das dauert noch, bis ich dazu zum Schreiben komme. Ich mache es ja immer so, wenn ich ein Projekt abgeschlossen habe, überlege ich mir dann erst, was ich als nächstes schreibe und ich habe halt so eine... Ja, wir benutzen ja Evernote. Ich liebe Evernote. Ich verehre Evernote. Es ist mein absolutes Lieblingsprogramm, ohne das ich auch nicht mehr kann. Und da sind alle meine wichtigen Informationen drin. Da habe ich jetzt auch gerade zum Beispiel Stichpunkte mir aufgeschrieben, worüber wir hier jetzt reden wollen. Aber ja, da speichere ich halt auch alle meine Ideen ab, obwohl mir auch einleuchtet, das, was ich jetzt von Stephen King im Interview gehört habe, dass er gesagt hat, er notiert sich die Ideen nicht. Wenn sie gut sind, werden sie schon bleiben. So sehe ich das momentan. Ihr wisst es ja vielleicht, dass wir ja über Jahre jetzt Lesetagebuch geführt haben und das mache ich jetzt nicht mehr. Für mich ist es jetzt wirklich nur noch striktes Konsumieren der Bücher, weil ich meine Nachbarin so ein bisschen auch als Vorbild gesehen habe und die liest, die ist eigentlich den ganzen Tag am Lesen. Wenn sie nicht in ihrem Garten gräbt. Oder telefoniert oder Dokus sieht. Aber ich habe halt bei ihr gesehen und sie hat auch von ihrer Tochter geredet, dass sie halt ein Buch nach dem nächsten wegziehen. Und die Frau hat ein enormes Allgemeinwissen. Ich habe jetzt gedacht, okay, ich habe jetzt genug Punkte in meinem Kopf angelegt, wo neue Informationen andocken können und was ich jetzt nicht aufnehmen kann, das ist, das ist dann halt weg. Ich lese so viel, dann kommt es in irgendeinem anderen Buch wieder vor und dann irgendwann habe ich es schon drin und wenn ich es nicht drin habe, brauche ich es nicht für mein Leben. Und jetzt ganz ehrlich, was will man sich alles notieren und vor allen Dingen, wir sind ja nicht Sigmund Freud oder Heinrich VIII, nach uns die Sintflut, es wird sich niemand dafür interessieren, voraussichtlich. Ja und ich lese jetzt halt wie bei Ecke Haltenreich hatte ich das ja gelesen, so mit Bleistift in der Hand zu lesen und das mache ich jetzt ja mittlerweile und mache auch immer einen Bleistift dabei und alles, was ich interessant finde, wird unterstrichen, ich mache noch so einen Strich an der Seite. Ich bin nicht so wie Sie, dass ich mehr Notizen da dran mache, die könnte ich dann auch garantiert nicht mehr lesen. Ich habe eh eine Sauklaue als Handschrift. Wir haben uns heute auch wieder Post-its mitgebracht, die man jetzt auch nochmal kurz an die Seite pinnen kann, damit man die Sachen schneller findet. Ja, so, dann kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema und zwar, womit wir uns halt am meisten jetzt in der letzten Woche beschäftigt haben und das ist zum Beispiel Ausmalbücher für Erwachsene und ich habe eigentlich gedacht, das ist nichts für mich, weil ich ein ganz anderer Entspannungstyp bin. Ich bin ja diejenige, die sich erst entspannt, wenn sie Input bekommt bis Ultimo und ich muss ja auch ständig alles abändern und experimentieren. Ma lacht schon, ich kann nicht zweimal das gleiche Rezept kochen, das nervt mich. Ich muss wenigstens etwas Kleines daran variieren. Was ich manchmal nicht so gut finde, weil hat es für mich optimal geschmeckt und auf einmal denke ich, mein Gott, es schmeckt irgendwie diesmal anders. Ja, ich muss halt immer irgendetwas abändern. Ich habe ja mehrere Freunde, die Astrologen sind und sie sagen, das ist halt einfach mein Aspekt. Ich bin halt auch hauptsächlich mein Hauptsternzeichen Wassermann, dass ich immer meine eigene Wurst haben muss, immer alles irgendwie abgeändert haben muss und irgendwie, ja, es muss immer mein eigenes sein. Ich bin Individualistin durch und durch, so hat man es mir dann halt per Horoskop erklärt, wie ich bin. Außerdem habe ich gedacht, es ist nichts für mich, weil ich ein anderer Spieltyp bin. Ich hatte einen Podcast über Spiele halt gehört und da habe ich schon mich deutlich erkannt gefühlt bei dem Spieltyp Geschichtenerzähler mit Rollenspielen, Verkleiden, mit Geschichten erzählen ja auch und Abenteuer erleben und sich die Welt bunter malen und so weiter. Und Mar zum Beispiel ist der Spieltyp Erschaffer. Sie möchte halt Staudämme bauen. Naja, heute nicht mehr. Ja, unsere Emmy kommt jetzt und schleppt uns hier ein Spielzeug nach dem anderen an. Also die Hintergrundgeräusche sind Emmy, die nebenbei noch ein bisschen bedudelt wird. Ja, ich habe es eben gerne, ich war jetzt am überlegen, ob ich anfange zu häkeln. Ach, habe ich mir gedacht, nee, da wirst du wieder nicht glücklich mit. Ich habe ja damals noch nicht mal in der Grundschule es geschafft, meinen Teddy zu Ende zu stricken. Das war so ein Pinkfarm. Das musste da meine Mutter machen. Ich komme damit nicht klar. Meine Schwestern sind da super. Die können, also die Älteste ist wie eine Strickmaschine. Die andere kann auch super sticken. Mar ist aber auch dabei perfektionistisch, ekelhaft perfektionistisch. Genau, und das gewöhne ich mir gerade ab. Und das war auch mit Fimo die Sache. Das musste dann hundertprozentig klappen und wenn nicht, hat mich das mehr genervt, als dass mich das irgendwie fröhlich gestimmt hat. Mar hat geflucht wie ein Kesselflicker. Ja, wie ein Droschenfahrer. Das kann ich gut fluchen. Man glaubt es nicht. Ja, und ich habe, ja, wie wir hierher gezogen sind, irgendwo in der Umzugsphase gab es beim Kiosk dann mal so ein Heft, Kreativheft mit Mandalas zum Anmalen. Gab es noch drei, vier Stifte dazu. Hatte ich mir mal mitgenommen, habe gedacht, ach, probierst du mal, hast als Kind ja eigentlich auch ganz gerne diese Oster-Eher-Malbücher ausgemalt, die es dann gab. Ja, und dann aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen. Jetzt habe ich das Ding wiedergefunden und wie es der Teufel dann ja so will, habe das ja auch bewundert bei Instagram, wenn andere das gemacht haben, waren wir beim Lidl einkaufen und da hatten sie Kalender zum Ausmalen. So habe ich gedacht, das ist eigentlich eine gute Idee, habe mir einen mitgenommen für nächstes Jahr, damit ich mag ja Kalender sehr gerne und habe auch gleich noch für meine Schwester dann auch noch einen erstanden und zwar so einen längeren, wo man Termine auch eintragen kann, diese Familienplaner und die malt nicht gerne an. Die macht ja dieses Inkaus-Ding und ich habe noch mal Das ist irgendwie mit Wachs, ne? Ja, das ist mit Wachs und so einem kleinen Bügeleisen. Keine Ahnung, wie genau sie das macht. Ich habe sie dabei noch nicht beobachtet. Wir sehen immer nur die fertigen Werke und die sind wirklich schön. Das sieht toll aus. Und das ist so wirklich auch voll ihr Ding. Ich habe sie auch nie so leidenschaftlich erlebt. Ja, sie hat das also auch mit zur Kur genommen, um da auch weiterzumachen. Jedenfalls habe ich noch mal vorsichtig gefragt. Ich sage, sag mal, ich habe das gerade für mich entdeckt, so malen und so. Na, da sagt sie, nee, das ist nichts für mich. Ich habe ja mein Inkaus-Ding. Also habe ich mir jetzt vorgenommen, ich male ihr den richtig schön aus und dann bekommt sie den halt zu Weihnachten geschenkt. Oder mal gucken, wenn sie ganzartig ist, vielleicht auch schon mal zwischendurch. Ja, und dann, wenn man da schon mal mit anfängt, dann, und es macht Spaß und man sieht, was da so. Ich glaube, das Schöne ist einfach bei solchen Sachen, ich brauche das dann irgendwo, dass ich sehe, ach, ich habe was geschafft. Ich sehe, da wird irgendwas fertig, da wird was bunt oder entsteht halt etwas. Man sieht halt, was man getan hat, man hat die Farben, man entspannt sich. Ich höre nebenbei Podcast, was bedeutet, ich habe auch noch meinen Input, den ich brauche. Und man hat es ja auch schon als Kind getan, was bedeutet, da kommen ja auch Kindheitserinnerungen und dieses Gefühl von Geborgenheit halt auch hoch. Ja, und mein Kind, auf das ich ja so sehr stolz bin, war so lieb und hat mir was gesagt. Du bist stolz, weil ich dir was schenke? Nein, ich habe gesagt, ich bin ja eh immer sehr stolz auf dich. Hoffentlich habe ich das so richtig gesagt. Ich bin jetzt mal ganz vorsichtig mit den freudschen Versprechern und so. Jedenfalls bin ich glücklich. Ich habe nämlich was ganz Tolles geschenkt bekommen und zwar hat Sina mir ganz tolle Buntstifte geschenkt. Ich hatte jetzt nicht so tolle, da bekam man halt die Farbverläufe auch nicht so gut mit hin und die waren auch nicht so leuchtend. Ich mag ja auch gerne, wenn die Farben mal ein bisschen leuchtender sind. So, und jetzt hat sie mir 72 Stifte geschenkt, war stolz wie Bolle, dass sie die entdeckt hat. Wir waren nämlich hier überall in den verschiedenen Geschäften, war irgendwie nie das, was wir haben wollten. Sie wollte irgendwie Soft, Soft, Ergo Soft Stifte für mich haben und dann hat sie bei Amazon entdeckt, freute sich auf einmal, oh, ich habe gerade das super Schnäppchen entdeckt. Ölbuntstifte, ich wusste gar nicht, dass es die gibt, aber leuchtet ja ein, das gibt bestimmt tolle Farben und das hört sich schon künstlerisch an, Ölfarben. Und ich habe nur gedacht, die kratzen nicht so übers Papier, weil da ja Öl drin ist. Keine Ahnung, ich habe mir nicht weiter durchgelesen, aber bei mir kam gleich, oh mein Gott, Gott sei Dank, die kratzen nicht so übers Papier. Ja, genau, wenn man kratzt mit diesen ganz harten Buntstiften halt übers Papier, bis da mal ein bisschen Farbe hängen bleibt. Und die sind heute gekommen, ich habe den einen schon mal ausprobiert, nur eben gerade mal, die kam, weiß nicht, vor einer halben Stunde oder so kamen die erst an und die Farbe ist wirklich toll, richtig satt und man kann auch schön das auch nochmal abschattieren, ganz, ganz klasse. Ja, und die haben es runtergesetzt, glaube ich, von 46 oder 48 Euro auf 22 Euro. Das ist natürlich ein super Schnäppchen und da war dann noch was für mich drin, ja. Ja, und dann habe ich mal noch geholt das Discworld Malbuch und das ist aber noch nicht angekommen. Das hätte eigentlich schon gestern geliefert werden müssen. Ja, ihr seht, ich war sehr brav, sehr lieb, sonst hätte ich das nicht bekommen, aber ich merke auch, dass mir das wirklich gut tut. Sie flucht nicht dabei. Genau, ich fluche nicht dabei, ich kann mich dabei wirklich vollkommen entspannen. Ist wirklich meins. Also ich muss sagen, Mandalas waren ja nicht so meins, aber jetzt aufs Discworld freue ich mich schon. Ich habe jetzt gerade eine Eule angemalt, die habe ich auch bei Instagram reingesetzt, wo sie noch nicht ganz fertig war. Das macht mir jetzt wirklich richtig Spaß. Ja, kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Und zwar geht mir ein Spruch nicht aus dem Kopf. Ich zitiere ihn frei, ich habe ihn mir nicht aufgeschrieben. Und zwar lese ich ja im Moment von Paul Sahnar die Biografie über Karl Lagerfeld, die schlicht Karl heißt. Und da stand, also Paul Sahnar hat wohl Martin Walser getroffen und hat dem erzählt, dass er jetzt über Karl Lagerfeld halt ein Buch schreibt. Und da hatte Martin Walser gesagt, bei Boris Becker zum Beispiel kennt man das Buch schon, bevor man es aufgeschlagen hat, während Karl halt so viele Aspekte hat und so kontrovers ist und so, ja, anders, also beziehungsweise nicht unbedingt leicht greifbar, weswegen es doch sehr interessant sein kann. Und kurz vorher hatte ich halt, und das ist böse jetzt, also ich hatte die neue Bio über Lilo Pulver, also es war mehr so ein Interview, oder es war ein Interview, Gespräche mit, könnte man auch sagen, von Lilo Pulver gelesen, die ich ja total gerne gucke als Schauspielerin, aber Mar hatte schon die Biografie über sie abgebrochen, weil da irgendwie nicht der Funken übersprang. Das ist, ich weiß nicht, das fing irgendwie in ihrer Jugendzeit an und irgendwie habe ich gedacht, nee, Mann, irgendwie packt dich das und greift dich das überhaupt nicht, obwohl ich sie ja super gerne sehe. Ich finde ihre Lache auch total toll und sie hat ja auch ein sehr bewegtes Leben hinter sich, aber nee, habe ich gedacht, das schenkst du dir jetzt, die packst du wieder weg. Und bei dem Gespräch mit ihr war es halt so, dass ich gedacht habe, okay, da ist jetzt nichts Neues für mich drin. Das kann natürlich auch sein, dass sie, weil ich ja gerade in diesem Genre immens viel lese und auch Interviews sehe und ja eh an Menschen allgemein immens interessiert bin und an deren Denkweise und halt es ja auch mag, andere Richtungen zu sehen, aber das war so langweilig, schlicht langweilig für mich, weil ich nicht dieses hatte, es war so das Typische, was man über, verschluckt, über jeden netten Menschen sagen würde oder was der sagen würde. Und ja, ich denke, wenn jemand so alt ist, ich weiß nicht, wie alt ist sie jetzt, 80? Sie war nicht provokant, ich will nicht sagen provokant, aber sie war nicht, sie hatte nicht diese Ecken, diese Kanten, die einen Menschen wirklich ausmachen oder die ihn für mich interessant machen, dieses, dieses auch, diese, diese mehreren Seiten, diese, diese verschiedenen Aspekte, die dann halt, wo man denkt, weil, wisst ihr so, dieses Irritierende, ich habe mal gelesen, das war bei Betty Davis irgendwo, dass die großen Stars immer auch was Irritierendes an sich haben und ich mag Personen, die irritierend sind, weil man denkt, okay, der ist auf der einen Seite so, dann hat er das und das Hobby, aber das macht Leute spannend, warum sie auch gerade aus dem ursprünglichen Bild, was man sich von ihnen gleich am Anfang zimmern würde, halt auch ausbrechen, wenn man neue Seiten entdecken kann und sich dann fragt, wie, wie kommt das dazu, dass das so und so und so gekommen ist und Lagerfeld natürlich bietet da eine Bandbreite, weil man den richtigen Karl versucht zwar dahinter auszumachen, aber er ist ja glitschig wie ein Aal, auch wenn ich ihm zustimmen muss, dass man, dass das, was ich heute sage, letztlich ja nur für diesen Moment Gültigkeit hat, das ist bei mir ja auch so, weil jeden Tag kommen neue Informationen hinzu und ich ändere mich ja schneller als man, ja im Wochentakt kann man sagen. Ich glaube, Konrad Adenauer hat ja auch gesagt, das interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Ich habe noch einen schönen Spruch gelesen, ich glaube, es war auch, nee, das war in dem Buch über Selbstinszenierung, glaube ich. Nur wer sich verändert, bleibt sich treu. So und ich glaube, okay, man wird natürlich irgendwelche Ansichten haben, die man sein Leben lang vielleicht vertritt, aber man sollte doch immer bereit sein, noch dazu zu lernen zu lernen und ja, man sollte nicht so festgefahren sein. Ich finde es eigentlich immer schön, wenn man sagt, okay, da kann ich noch dazu lernen und ja, das fand ich damals auch an dieser Serie Ellie McBeal gut, weil die ja auch ganz ungewöhnliche Fälle hatten, wo man sich dann wirklich mal wieder Gedanken gemacht hat und das auch nochmal für sich hinterfragt hat. Das ging mir auch bei dem Buch hier von John Irving so, wie heißt das nochmal, Gottes? Berg und Teufelsbeitrag. Genau. Es ist einfach so, ich verstehe das nicht, wie man irgendwie 50 Jahre lang so mit Scheuklappen durch die Welt laufen kann und ich hatte bei Lieselotte Pulver so aus seiner Schilderung einfach irgendwie das Gefühl, entweder die Frau will sich einfach nicht in die Karten gucken lassen, die spielt sich vielleicht sogar selber irgendetwas vor, aber da ist nichts, wo man sagt, okay, das gibt irgendeinen Impuls. Also mir zumindest nicht. Also ich will das jetzt mal ganz klar sagen, mir nicht, aber ich lese halt auch sehr, sehr viel über diese Sachen und ich mag es halt auch, wenn jemand härter mit sich ins Gericht geht, sich wirklich dann auch sagt, okay, das war ein Riesenfehler, das hätte ich nicht machen dürfen oder ich weiß nicht, sie war mir halt einfach nicht edgy genug und ich will dieser Frau auf keinen Fall irgendwie, sie jetzt in schlechte Ecke oder so, sie ist eine tolle Schauspielerin gewesen, sie hat so ein ansteckendes Lachen und natürlich waren da auch wieder solche Sachen, die dann doch ja auch kleinere Impulse gewesen sind, dass sie, gerade sie, die alle Leute lachend sehen wollten, eigentlich die Leute zum Weinen bringen wollte in Sachen Tragödie. Also ein bisschen was ist ja immer drin, aber ich fand es halt nicht offen genug und es ist halt zeitgleich oder fast zeitgleich lese ich den Spruch von Martin Weiser und ich mag Boris Becker, das sei auch dazu gesagt, aber dass man da schon das Buch kennt, bevor man es aufgeschlagen hat und das habe ich jetzt halt auch bei Der Pulver gemerkt, dass es halt so, ja doch, das ist, was man erwartet hat. Und nicht halt, ja, nicht zu erforschen, nicht zu experimentieren, nicht zu denken. Ich meine, es ist ja einfach so, wenn man eine Person hat, die ja auch schon älter ist, ich meine, Boris Becker ist ja noch relativ jung, dann erwartet man ja schon ein gewisses Maß vielleicht an Lebenserfahrung. Sie ist ja auch eine Schauspielerin gewesen, die sogar in Hollywood war, die mit Billy Wilder gedreht hat, die ja auch Schicksalsschläge, ihre Tochter ist gestorben, der Mann ist gestorben. Aber irgendwie entweder, es kann natürlich auch sein, dass der Interviewer da vielleicht ein bisschen schlecht gewesen ist und nicht genug nachgefasst hat. Ich muss jetzt aber auch sagen, kommen wir mal von der guten Lieselotte-Pulver weg, weil ich auch gesehen habe, dass bei Amazon in den Rezensionen halt viele Leute gesagt haben, dass da unheimlich viel an Lebensweisheit und so für sie drin war. Ich sehe es jetzt ja auch wieder wie immer nur von meinem Standpunkt, von meiner Warte aus und ich bin halt aber auch bei den kreuzunangenehmen Leuten gut aufgehoben, weil ich das halt einfach spannend finde. Da gehe ich auf Entdeckungsreise und reflektiere dann halt auch sehr viel über mich und vielleicht habe ich einfach schon genug in Sachen Lilo-Pulver erlebt und mitgemacht und so weiter, dass da halt keinen neuen Impulse für mich zu diesem derzeitigen Punkt da war. Ja, das ist immer so. Aber dieser Spruch von Martin Weiser hat mich jetzt fast die gesamte Woche begleitet und ich glaube, der wird mich auch noch eine ganze Zeit begleiten, weil ich jetzt ja so ein paar Bücher aufgeschlagen habe, die einfach mir nicht viel gegeben haben und wenn ich ehrlich war, hätte ich das ziemlich früh auch merken können. Aber ich habe es dann trotzdem gelesen und das ist dann eigentlich ja vertane Zeit. Also da, es bleibt bei mir im Kopf, es arbeitet. Ich weiß noch nicht ganz genau, was da rauskommt für mich selbst, aber es ist ein Spruch, der stecken geblieben ist und Sätze, die stecken bleiben, über die denke ich dann ja schon sehr viel intensiver nach. Ja, kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Thema und das ist das Thema Selbstinszenierung. Aber wir haben jetzt schon 51 Minuten. Ich glaube, hier ab diesem Punkt teilen wir das wieder, so wie letzte Woche. Okay, dann... Ja, bis gleich oder bis später. Also ihr findet wahrscheinlich die MP3-Datei findet ihr in unserem Podcast. Also unten findet ihr den Link in der Infobox bei YouTube. Da sind die ganzen Sachen eigentlich schon früher, weil es einfach schneller geht mit dem Hochladen. Also wenn ihr jetzt gleich weiterhören wollt, könnte es sein, dass es da schon online ist. Ansonsten, ja. Bis irgendwann oder gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.